Wir erklären euch heute eine der Basics des Dachaufbaus. Wir wissen alle, eine Dämmung im Dach ist ganz, ganz wichtig für den Wärmeschutz, um Energie zu sparen, um uns unterm Dach im Winter wohlzufühlen. Was sehr oft vergessen wird, ist die Situation im Sommer, die wir gerade bei Häusern aus den 60er Jahren sehr oft vorfinden, die sich immens erwärmen, gerade in den Abendstunden. Und wer kennt das nicht aus dem Bekanntenkreis, dass der ein oder andere da schon gesagt hat, also zu dem fahre ich nicht mehr, wenn ich dort unterm Dach schlafen muss im Sommer, das hält ja keiner aus. Wie wir das vermeiden und dass die eine oder andere Geschichte, das eine oder andere Märchen auf dem Markt, der eine Dämmstoff ist da besser als der andere, dass das gar nicht wahr ist, das zeigen wir euch heute. Also nicht bezüglich den sommerlichen Wärmenschutz, bezüglich Lambda gibt es natürlich bessere Dämmstoffe, das ist aber richtig, genau das wollen wir uns zeigen. So, hinter uns steht eine ganze Menge Güven, was ist das? Ja, wir haben hier drei verschiedene Aufbauten, aber jedes Mal zu der Dachsanierung von außen, das bedeutet den klassischen Sparrenbereich, sage ich jetzt mal von knapp 14 Zentimetern, wo dann einfach 6 Zentimeter eine ergänzende Aufsparrendämmung ausgeführt worden ist, mit verschiedenen Materialien. Und da haben wir einfach mal versucht, ein Stück Dach abzubilden und da mal Saft drauf zu geben in Form von Wärme. Du hast ja Güven gerade völlig richtig gesagt und du wolltest hier nochmal nachmessen, wie viel Dämmung drin ist, damit wir... Das zeige ich nachher dann nochmal. Okay, super. Damit unsere Zuschauer auch sehen, das ist wirklich hier nicht gestellt und nicht gefegt. Wir sind alle bei den gleichen Dämmschichten, bei der gleichen Dämmdicke geblieben. Wir haben unterschiedliche Lambdas, also unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten. Von der Dämmdicke sind die Dämmstoffe aber identisch, sowie auch vom Aufbau. Und da vorab geüben in unserer langjährigen Messegeschichte haben wir ja den ein oder anderen Aufbau gesehen, in dem, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, die Eindeckung, die Ziegellattung, die Konterlattung und nachher hier die Innenbekleidung aus Holzwolle-Leichtbauplatten, die verputzt sind in dem Fall, die haben dort gefehlt. Was stellt das dann eigentlich dar? Ja, eigentlich machen in dem Augenblick auf diesen Messen, bei diesen Versuchsaufbauten wird nur der reine Dämmstoff als solcher getestet. Und da wird natürlich geguckt, was kann der, wenn da die Wärme ankommt, oben drauf, was kann unten drauf und was ist mittendrin. Die Frage muss man einfach nur ganz logisch zurückstellen. Wer von euch wohnt im Dämmstoff drin oder wohnt hier unten drunter im Raum? Also wir haben wirklich ein Stück Dach gemacht und nicht nur ein Bauteil oder einen Baustoff hergenommen, sondern wirklich die gesamte Konstruktion, die wir ja beurteilen müssen, weil die hat einen großen Einfluss. Beziehungsweise die zweite Frage, die sich stellt, wer wohnt direkt unter dem Dämmstoff? Wer hat ein Dach, das nur aus Dämmstoff besteht? Das ist also in der Form. Da würden wir die Kollegen, die die Eindeckung herstellen, ja ziemlich ärgern. Das ist ja Quatsch, das funktioniert nicht, das wissen wir alle. Deswegen haben wir es so gemacht, drei Dächer nachzubilden. Was da drin ist, Güven, dein Part. Also hier haben wir jetzt einmal, wie gesagt, von unten angefangen, halt einen Putz drauf auf einer entsprechenden Holzwolle-Leichtbauplatte. Das ist bei allen drei Aufbauten so? Ja, die alten Sauerkrautplatten, sag ich jetzt mal, wo man dann mit dem Bierdeckel irgendwie versucht hat, einen Sparren zu treffen zum fixieren und so weiter und so fort mit dem Nagel. Dann haben wir hier einmal praktisch einen Aufbau gemacht mit einer reinen Holzweichfaser, die natürlich von den Lambda-Werten auch schon nicht schlecht ist, aber halt natürlich lang nicht an das, was die Mineralwolle kann zum Beispiel, hinkommt oder auch andere Schäume oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz sehr beliebt auch bei den Zimmern und Dachdeckern und wird auch ganz oft so gemacht. Die nächste Variante ist praktisch eine diffusionsoffene und brandschutztechnisch sehr hochwertige Konstruktion, wo dann die reine Mineralwolle in Kombination zusammengesetzt wird. Auch eine 6 cm Aufsparendämmung. Auch Steinwolle in dem Fall? Ne, das ist die Ultimate sogar. Oh, Entschuldigung, danke. Und hier sogar dann die ganz normale Glaswolle in Lambda 032 auch wieder mit dem gleichen Aufbau und als meist auch genutzte Kombination ist, dass man sozusagen bei sehr geringen Sparrenhöhen und sehr schnellen Erreichen von U-Werten auch meistens ganz gerne auch auf das Peer-System zurückgreift. Auch hier Peer-System mit 028 als Lambda in Kombination mit einer Glaswolle für den Schallschutz. Bevor wir uns die Aufbauten und die Ergebnisse, was dabei rauskommt, angucken, nochmal hier, hier steht es, Peer-Extrem-Gute-Wärmeleitfähigkeit, nur eine Wärmeleitstufe von 028. Tolles Produkt, kommt jetzt nochmal richtig mit großen Schritten auf uns zu. Das ist noch unser Schlechteste. Und das ist noch unser Schlechteste. Also wir haben auch die alukaschierte Variante mit Lambda 023 über alle Schichtdicken. Also da ist schon noch viel Luft nach oben in dem Sinne. Hier eine WLG 035 drin. Dann haben wir Ultimate, danke, dass du mich da korrigiert hast, mit Wärmeleitstufe 032 und 032er Filz. Und die Holzweichfaser in 042 und WLS 039. Ihr seht völlig unterschiedliche Lambda-Werte. Güven, halt nochmal das Metermaß dran, das wir überall sehen. Wir sind mit 14 Zentimetern Dämmung überall drin. Also ich halte jetzt einfach mal hier vorne an die Stirnfläche. Ob ich es jetzt so messe oder so, ich nehme mal an, das kann man sich dann erahnen. Also ich sitze jetzt hier unten und bin hier oben bei 24, 24,5 angekommen. Das Gleiche haben wir jetzt hier. Genau. Auch hier die 24, knapp 24,5, wenn man sich die Kante anguckt. Und auch gleich hier. Also hier haben wir wirklich nichts gefakt oder sonst was. Das ist wirklich dreimal die gleiche Schichtdicke aufgebaut. So, was zeigt... Aber nicht, wie gesagt, dreimal der gleiche U-Wert. Weil so in die Richtung steigt das eigentlich sozusagen. Hier haben wir den besten U-Wert, hier haben wir einen sehr, sehr guten. Und da ist es natürlich nicht ganz so. Was zeigt uns der Versuch jetzt ganz genau, Güven? Also was wir jetzt hier wirklich eindeutig machen, ist, was für einen Einfluss hat eigentlich wirklich die Wärme, die jetzt von außen ankommt, auf den Innenraum. Weil da wohne ich. Und genau die Temperaturen, die interessieren mich. Mich interessiert es nicht, was da ist, was da ist, was da ist. Jeder weiß, dass unter dem Ziegel, wenn da oben drauf 70, 80 Grad sind, dass unter dem Ziegel halt immer noch 70, 80 Grad sind. Der eine oder andere von euch wird ja jetzt annehmen, naja, die beiden stehen hier von Iso-Wer und erzählen mir irgendwas, bestimmt haben die da was dran gedreht. Langsam, Güven. Ich will jetzt darauf hinaus, wie lange haben wir das hier stehen? Also wir haben es heute um kurz nach 12 eingeschaltet. Der Markus, der spielt das gerade ein. Also wir haben das Ganze entsprechend mal gezeigt. Also gut, okay. Es ist kurz nach 12 Uhr. Die Sonne hat angefangen, jetzt mittags ein bisschen zu scheinen. Das bedeutet, wir machen jetzt auch genau das Gleiche. Wir haben diese verschiedenen Konstruktionen. Sonne scheint. Holz-Weichfaser-Konstruktion. Außentemperatur, wo jetzt die Sonne relativ schnell anfängt, auch diese Hitze dann hochzutreiben. In Temperatur. Das Gleiche haben wir jetzt hier bei der reinen Mineralwolle-Konstruktion als nicht brennbar und diffusionsoffene Variante. Das bedeutet auch hier die Außentemperatur und die Innentemperatur. Raumseits. Und das Gleiche dann praktisch, wenn man eine ganz schlanke und effiziente Lösung nochmal vom Ubert hinkriegen möchte, in Kombination mit einer neuen Pierplatte von uns aus dem Haus, auf der Bau vorgestellt, mit Mineralwolle. Das bedeutet auch hier die Außentemperatur. Sieht man relativ schnell, wie das wirklich schon hoch geht. Und auch hier die Innentemperatur. Das bedeutet, wie gesagt, 12.05 Uhr, 12.06 Uhr und den Versuch lassen wir jetzt laufen. Praktisch über den Tag verteilt, wenn die Sonne auch ganz normal, wirklich wie in der Realität scheint. Und das schauen wir uns dann nachher an. So, ihr habt gesehen, wir haben Mittag um 12 die Sonne angeschaltet. Erkennt man einmal im Arm. Also da sieht man, wie es so leicht rötig wird. Wir haben gerade jetzt genau in der Aufnahme nicht gesehen, wie die Sonne anging. Auf gut. Jetzt haben wir an der roten Farbe, wie plötzlich das Ganze rot wird. Also, wir haben ja drei Sonnen simuliert. Aber Günther, das erklärst du besser, was simulieren wir hier jetzt genau? Da oben ist eine Sonne und dann? Ja, dann haben wir, wie gesagt, ein Stück Dach, wo man dann wirklich einen Thermometer oben drauf gesetzt haben. Und zwar direkt oben auf dem Ziegel drauf, wo natürlich dann genau die Außentemperatur ist. Weil das ist das, was ganz oft ja dann in dem Augenblick kommt. Und im Innenraum ist sozusagen genau dieser Thermometer sozusagen, die Raumluft hier innen drin. Also, wir wollen ja wissen, was ist außen und was kommt innen an. Und was dazwischen passiert, dafür ist ja der Dämmstoff da. Das heißt, wir haben zwei Temperaturfühler auf dem Dach, unterm Dach. Und jetzt sollten wir langsam die Katze aus dem Sack lassen, mit welchem Ergebnis. Also, einmal die Kombination aus Pier und Glaswolle. Die drei Hitzequellen sind identisch. Wir bekommen hier bei der Kombination aus Pier und Glaswolle eine Außentemperatur von 80,1 Grad, innen 22,5. Nach drei Stunden, wie gesagt, bei allen. Richtig. Kurz nach zwölf haben wir angeschaltet, zehn Minuten oder fünf Minuten nach zwölf. Jetzt ist es zehn nach drei. Hier 83,1 Grad, 2 Grad, Grad springt da um. Außen, innen 23,0. Ihr merkt, die Ergebnisse sind fast identisch. Und bei den Dämmstoffen, wo immer behauptet wird, die sind besonders gut für den sommerlichen Wärmeschutz. Die Außentemperatur ist 80,9, innen 23,1. Fast hundertprozentig identisch. Also, im Endeffekt hat man maximal immer eine Abweichung von, ich sag mal, einem halben Grad. Als Chamäleon würde man das merken, dass ein halbes Grad kälter oder wärmer geworden ist, wir Menschen als solche nicht. Ja. Also, ich kenne keinen Dämmstoff. Was sagt uns das jetzt, Güven? Eigentlich zeigt der Versuch nichts anderes, dass wirklich in dem Augenblick, wo ich die U-Werte erreiche, die gefordert sind, über die NF hinaus, also praktisch bis zur NF oder darüber hinaus, es vollkommen egal ist, was für eine Masse ein Dämmstoff hat, an welcher Stelle. Das bedeutet in dem Augenblick, für den sommerlichen Wärmeschutz ist egal, mit was ich dämme, alles sind gleich gut, weil einfach die Masse des Dämmstoffs keine Rolle spielt, an keiner einzigen Stelle. Damit hast du schon eigentlich den Finger auf der Wunde, man hört draußen, und das meinte ich in der Einleitung mit diesen Märchen, Geschichten, Unwahrheiten, wie auch immer, man hört draußen immer wieder, dass die Masse des Dämmstoffs eine entscheidende Rolle beim sommerlichen Wärmeschutz spielen würde. Genau. Das ist hier nicht so. Wenn wir uns das gesamte Dach betrachten, wie es der Güven richtig ausgeführt hat, und von Dämmdicken, die die heutige NF fordern sprechen, wir sprechen nicht über 12 oder 14 Zentimeter Mineralwolle zwischen den Spantern, das war es. Das funktioniert so nicht. Aber mit diesen Dämmdicken, wie wir sie hier zeigen, dann bekommt ihr einen hervorragenden sommerlichen Wärmeschutz, alle drei verschiedene Dämmstoffe, Schaum, Mineralwolle, wie auch Holzweichfaser, haben den gleichen Effekt beim sommerlichen Wärmeschutz. Dass wir das nicht nur wissen, oder dass nicht nur wir das behaupten und euch auch zeigen wollen, das wird durch andere belegt. Die Mühe haben sich auch andere gemacht, nicht nur wir. Neutrale Stellen güven welche zum Beispiel? Ich würde es mal gerade in die Hand drücken. Also ganz aktuell ist zum Beispiel von der Bayerischen Zimmererinnung, ich grüße übrigens an Herrn Habler an der Stelle, also die haben jetzt zum Beispiel einen sogenannten Holzbaureport. In diesem Holzbaureport, der monatlich erscheint, gibt es sogenannte Sonderdruck- oder Beilagen. Und das hier ist die aktuellste Beilage, wo es dann wirklich darum geht, um die Regelung des sommerlichen Wärmeschutzes, in welcher Form sie sich wirklich auswirkt. Da geht es hauptsächlich darum, dass man versucht, praktisch das, was in der DIN geändert worden ist, für die Bemessung auch mal zu gucken, ob auch die Simulation, die man dann anstellt, das Ganze sozusagen auch abbilden. Und in diesem Report sind verschiedene Aufbauten gezeigt und so weiter und so fort. Und ich möchte das eigentlich relativ einfach machen. Ich zeige euch direkt genau diesen einen gelben Satz, den man da sieht. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die wirklich euch zum Teil sehr stark betrifft. Der häufig in der Praxis anzutreffende Aussage, eine Überdämmung mit 30 bis 50 mm Holzweichfaserplatten verbessert den sommerlichen Wärmeschutz gegenüber anderen Varianten erheblich, kann eine ganz klare Absage erteilt werden. Das bedeutet, all das, was da sonst in den Markt kursiert, ist in der Form noch nicht ganz richtig. Wenn man dann noch weiterliest, im Zweifelsfall kann sogar daraus ein Haftungsrisiko entstehen, wenn die Konstruktion, wie gezeigt, das Leistungsversprechen, verbesserter sommerlicher Wärmeschutz nicht erfüllt. Also wenn es ganz dumm läuft, habt ihr da wirklich eine falsche Aussage gemacht. Die können natürlich euch auf die Füße fallen. Das wollen wir nicht. Ganz kurz, also die Dächer, die jetzt natürlich gedämmt sind und eigentlich die U-Werte der NF erfüllen und drüber hinaus sind, da braucht ihr jetzt nicht irgendwie dem guten Mann irgendwie aufs Dach steigen, sage ich jetzt mal, für diejenigen, die halt als Privatbauherrn zuschauen. Ihr habt ein sehr gutes Dach in der Form schon auch drauf. Es ist natürlich vom U-Wert deutlich mehr drin gewesen mit den verschiedenen Konstruktionen, aber im Endeffekt für den sommerlichen Wärmeschutz sind alle Konstruktionen, sobald sie den U-Wert der NF erfüllen oder drüber hinaus sind, gleich gut. Das ist die Aussage, die ihr heute bitte mitnimmt. Richtig. So, ein weiteres Dokument dazu ist die IBP-Mitteilung 497 vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik, die im Gegensatz zu uns, wir sagten es bereits, wir haben die gleichen Dicken mit verschiedenen Lambdas verwendet, hier zwei Dächer aufgebaut hat mit definitiv dem gleichen U-Wert, also anderen Dämmdicken. Genau. Mit dem Ergebnis, Güven? Also die haben hier praktisch 18 Zentimeter Dämmstoff mit Lambda 0,40, mit 18 Zentimeter Dämmstoff Lambda 0,40 in Holzweichphase jeweils mit Mineralphase verglichen. Und wenn du das gerade umdrehst, dann wirst du feststellen, dass gerade, man sieht es hier nochmal die Autoren, als falls da jemand irgendwie in sich nicht ganz stimmig ist, darf er sich gerne auch an den Professor Hauser wenden. Da gibt es dann diverse Diagramme und Blicke, aber das Fazit, wenn man das sozusagen hernimmt, ist eigentlich nichts anderes. Das ist dann dieser Bereich hier, also ich versuche mal den zu markieren. Dann, dieser Passus, die maximale Raumlufttemperaturdifferenz in den Versuchsräumen beträgt 1 Kelvin. 1 Kelvin bedeutet in dem Augenblick wirklich 1 Grad. Und der Holzweichfaser gedämmte Versuchsraum erreicht die 1 Kelvin höhere Temperatur eine Stunde später. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, da nochmal diese Phasenverschiebung von 12 Stunden, 15 Stunden, was es da nicht gibt, die gibt es in der Form nicht, das hat die Praxis, also hier hat man wirklich einen Praxisaufbau gemacht und das gemessen, nicht simuliert und gerechnet. So, jetzt hast du gerade ein Wort gebraucht, was sehr, sehr oft auf dem Markt kursiert, Phasenverschiebung, Wärmespeicherfähigkeit oder Wärmekapazität. Können wir zusammenfassen, im Grunde genommen spielen diese Stoffeigenschaften, und das sind ja physikalische Stoffeigenschaften, also Wärmekapazität oder Wärmespeichervermögen, spielen die eine Rolle, jetzt hier in dem Steildachaufbau? Eine gänzliche Untergeordnete, also sie sind verschwindend gering für den Einfluss des sommerlichen Wärmschutzes. Also wichtig ist einfach nur, dass man wirklich diesen U-Wert erfüllt, der nach NRF gefordert ist, oder halt besser wird, wenn man Richtung KfW-Mittel gehen möchte, also U-Wert von 0,14 oder so, da ist es gänzlich was mit, was ich dämme. So, wir behaupten das schon eine ganze Weile, wir haben auch gesehen, dass es durch neutrale Institute belegt wird. Wir haben hier sehr ausführlich schon in 2010 drüber gesprochen, bei unserer Fachzeitschrift Wärme, Klima, Schall und Brandschutz. Die es leider nicht mehr gibt, aber nichtsdestotrotz, wir reden ja schon eine Weile über das Thema. So, auch dort sehr ausführlichen Bericht drin. Also an alle die, die sich jetzt dafür interessieren, Kontakt zu uns aufnehmen über unsere Homepage oder ähnliches, dann senden wir euch da gerne nochmal was zu. Genau, und in diesem Bericht hier vom Herrn Dr. Spitzner ist jetzt diesmal zum Beispiel genau der Versuch hinter uns auch nochmal aufgezeigt. Da ist dann wirklich der Vergleich von Mineralwolle, den Schaumkunststoffen und Holzweichvase gemacht. Das ist genau das, was wir hinten abbilden. Also das ist jetzt wirklich in allen Varianten und Formen, ich sage jetzt mal gerechnet, ob es gleiches Lambda, gleiche Dicke, gleiche Dicke, verschiedene Lamptas, wie auch immer. Es kommt eigentlich überall das Gleiche raus, ein Grad, maximal eine Stunde später. Also die Differenzen sind ungefähr das, was dann eigentlich mehr oder weniger das Ganze abbilden. Für euch wichtig, wie gesagt, in dem Augenblick wirklich egal mit was gedämmt wird. Sobald ich die U-Wert habe, passt's. Das Letzte ist fast untergegangen. Nochmal, egal mit was ich dämme, wenn ich den U-Wert habe, also die heute von der N vorgeschriebene Dämmdicke einhalte, habe ich den sommerlichen Wärmeschutz im Griff. Das ist so. Gut. Das kann man auch so stehen lassen. Das ist so.